Servus! Hallo zusammen! Wir filmen heute aus dem Bikepark in Olschbach. Wir haben hier heute ein kleines Projekt. Und zwar werde ich heute ein kleines Video mit ein paar Kids aufnehmen für so ein kleines Werbe- oder Teaser-Video für das nächste Event, wo da kommt. Und die Sandra, die wird das Ganze ja dokumentieren für euch. Genau, man macht quasi so eine Art Making-of oder so, kann man ja fast schon dazu sagen. Und ihr seid mit dabei. Also, los geht's. Viel Spaß. So, es geht jetzt los. Da haben sie sich versammelt. Thomas gibt gerade die ersten Regieanweisungen. Jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Großes Aufbrechen, los geht's. Das sind die ganzen Eltern. Super herrliches Wetter. So, das ist jetzt unser Pump-Track. Ich weiß, ihr habt den schon mal bei uns in dem ein oder anderen Video gesehen. Die Kids fahren da jetzt alle, werden aufgenommen. Fürs Video. Heute ist ein super schönes Wetter. Der Hammer, oder? So, hier könnt ihr unsere Dirt-Foodline sehen. Start-Turm. Einmal so ein bisschen da rundherum fliegt. Da hinten ist wieder die Pump-Track. Da hinten steht Thomas. Und filmt. Das Wetter ist einfach der Hammer. Was die irgendwas so treiben. So, da werden jetzt gerade die Einzelaufnahmen gemacht. Wo muss ich die da hinten? Guck, ihr seht ihn. Und jetzt kommen die Kids. Einzel angezeigt. So, jetzt kommt es noch mal los. Sehr gut. Guck, guck. So, jetzt kommt eine andere Einstellung. Okay. Vielen Dank. Einer nach dem anderen. Unten stehen die Eltern. Genießen das schöne Wetter, schauen zu. Und wir haben ja schon ein wenig anderes Wetter. So, das Making of the Wurf. Oder der Videodreh läuft immer noch. Wir haben natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Schaut mal. Da gibt es kleine Küchlein, Muffins. Die richten wir jetzt mal her, weil die Jungs und Mädels werden sich dann langsam Hunger kriegen, denke ich. Durst haben wir auch. Wir haben eine Apfelschale hinten, damit hier keiner verhungert oder verdurstet. So, das ist der Opa ist unser kleines Vereinsheim. Da holen wir jetzt noch geschwindet die Apfelschale für die Kinder. Oh ja, da steht die Apfelschale schon. Und, lecker? Mhm. Ja? Du filmst mich jetzt nicht echt. Natürlich, ich vermilchte dich. Beim Essen? Ja klar, wieso nicht? Du siehst immer süß aus, auch wenn du isst. Ich glaube mal, ganz viele Leute sind heute gekommen, um dieses Werbewillen, diesen Teaser zu machen für unser Event. Das ist doch einfach super, oder? Ja, die Kids haben Spaß. Jetzt machen wir alle gerade eine kleine Stärkungspause. Die Eltern haben Spaß. Genau, so muss das sein. Trinken, was die Leihigkeit essen. Jeder fühlt sich wohl. So, ich setze jetzt hier gerade mit Marvin, der ist im Vorstand vom Bikepark oder vom Bikeverein. Und erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Hallo, ich heiße Marvin Schaub, ich bin Gründungsmitglied. Unser Verein gibt es seit 2011, mittlerweile auch im Vorstand. Angefangen haben wir aus dem Grund, dass wir den Vorkrosssport nach vorne treiben wollten. Und sind jetzt am Ende rausgekommen, dass wir einen geflascherten Pumpjack haben, der bis jetzt noch einmalig ist in Deutschland. Es gibt zwar in Dresden Projekte, die ähnlich sind. Wir haben eine Dirtline, wir haben einen Trailparcours. Und aus dem Grund haben wir zwar mit dem Vorkross angefangen, sind aber mittlerweile ein Bike-Fun-Areal, haben wir uns umbenannt. Genau, wir haben am 13.04., das ist Samstag, unsere Saisoneröffnung, Frühjahrseröffnung mit Verpflegung, mit DJ. Wir haben mit Fahrradmechaniker drei Bike-Pflegekurse, wo die Kinder und auch Erwachsene lernen, wie man das Fahrrad richtig pflegt und worauf es ankommt bei dem Sport. Was wichtige Strukturen sind, die fest sein müssen, wie zum Beispiel Pedale, Ketteblätter etc. Und genau, dazu laden wir euch recht herzlich ein. Auf jeden Fall, ihr müsst auf jeden Fall vorbeikommen. Ihr habt jetzt schon ein paar Aufnahmen gesehen oder werdet noch ein paar sehen, wie der Teaser auch entsteht. Und dann seht ihr auch noch ein bisschen mehr vom Bike-Park und kommt her, macht mit, habt Spaß. Genau, wir freuen uns auf euch. So, da ist Thomas. Er wartet jetzt, bis die Kids mit ihrer Pause fertig sind. Seht ihr die da unten? Ja, die sind alle schon platt und müssen Pause machen. Ja, die sind halt jung und haben keine Energie mehr. Ja, aber ich denke mal, gleich geht es weiter. Sie sitzen schon wieder auf und dann filmen wir weiter. Ja, und dann machen wir noch Aufnahmen hier vom Pump-Track. Da ist Robin. Hallo! Hier vom Pump-Track. So, Thomas ist jetzt mit den Kids da in das Haus. Jetzt schauen wir mal, was die da so treiben, weil wir haben ja noch ein bisschen mehr. So ein bisschen was habe ich euch ja schon gezeigt. Hier fängt der Snail oder Snake Trail an. Da oben sind schon die Jungs. Und Thomas rennt über die Strecke für die neue Aufnahme. Wie ihr seht, die sind hier hinten quasi in so einem Industriegebiet. Hier drüben ist der Sportplatz. Und hier haben wir halt echt viel Platz. Wir können uns austoben. Kids können sich hier austoben. So, jetzt geht es los. Thomas hat das Startsignal gegeben. Kids kommen. Einer nach dem anderen angebüßt. Und dann geht es wieder zurück. Ja, also wie ihr seht, sind wir alle noch motiviert. Machen alle gerne mit. Die Stärkungspause hat natürlich geholfen. Das ist ja auch normal. Wir sind jetzt seit etwa... Ja, seit einer guten Stunde sind wir jetzt dabei. Und die Kids leisten da wirklich Großartiges. Also wer so ein bisschen Ahnung hat, wie so ein Video entsteht. Also selbst so kurze Videos. Man muss halt alle Aufnahmen aus verschiedenen Einstellungen drehen. Und das dauert. Ja, wir müssen ja umstellen. Wir müssen das Stativ neu aufstellen. Thomas muss neue Positionen finden, neue Einstellungen. Und das heißt, die Kinder, die fahren jetzt halt wirklich durchgängig. Und dann auch immer gegebieben mit viel Power, damit ihr nachher ein cooles Video habt. Und dass das natürlich anstrengend ist, das ist ja schon nachvollziehbar. Das Stück weit, ne? So, dann gucken wir mal nochmal nach vorne. Ich hoffe echt, dass wir genug Material haben, um überhaupt irgendwie ein Video zusammen zu bekommen. Weil ich ja immer nur so ganz kurze Aufnahmen mache. Ich muss immer mal wieder schauen, ob ich auch das Mikrofon an habe. Ich hoffe, dass das am Anfang gut funktioniert hat. Und auch die Kids, die jetzt keine Lust mehr auf Video haben oder generell nicht so viel, die Lust auf Video hatten, die haben auch noch ihren Spaß auf dem Pump. Schaut mal. Jetzt schauen wir nochmal, was Thomas quasi gerade macht. Mir war jetzt gerade ein bisschen Quatsche da. Ah ja, die Berat schlage es sich gerade. Ich würde jetzt sagen, wir laufen da jetzt einfach mal dazu. Gucken wir uns das an. Ah, da wäre noch die letzte Aufnahme gemacht. Dann müssen wir sie wieder hochreddern und dann runterfahren. Hallo Schatz. Guck, guck. Wie weit bist du? Ach, wir sehen gerade extra Wind. Ah ja, das dürfst du ja auch haben. Muss ja auch sehen. Solange sie sich nicht verausgaben und noch machen können, was ich will. Oder was du brauchst. Das heißt, du filmst gerade? Die da filmen gerade. Und wenn die jetzt durch sind, dann gehen wir dahinter. Also dann, I'm alright. Ah, dann macht den Kids doch Spaß, oder? Das ist doch gut. Bis jetzt, ja. Hoffe ich. Musch die Kids fragen. Macht es euch Spaß? Ja. Okay, nochmal. Macht es euch Spaß? Ja. Oh, voll motiviert. Sollen wir nochmal versuchen, also nochmal? Macht es euch Spaß? Ja. Ich glaube, mehr kriegt immer nicht. Macht es euch Spaß? Ja. Die Jungs fahren da hoch zum Stadtturm. Und Thomas guckt, wo er die beste Aufnahme hinbekommt. Und dann schauen wir mal an, was das, ähm, was das gibt. Ja, das sieht doch gut aus. Das hat nicht geklappt. Ja, ich glaube, wir müssen es nochmal machen. So, probieren wir es nochmal. Schauen wir mal, was da, ob das diesmal klappt. Alle sind gespannt. Und los geht's. Ah ja, es hat so semi geklappt, würde ich sagen. Ich glaube, die Jungs sind jetzt durch. Die haben jetzt keinen Bock mehr. Ich bin völlig fertig. Völlig fertig. So, jetzt letzte Aufnahme. Die Jungs sind aber schon ziemlich fertig, glaube ich. Das, sie schaffen das noch. Das schaffen sie noch. So, jetzt sind sie am Stadtturm, Opa. Jetzt wird noch eingewiesen, dass das auch richtig klappt. Los. Ja, jetzt geht's los. 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 Oh, ja, jetzt schauen wir mal. Oh, das sieht schon geil aus. Sehen ihr das? Haha. So, jetzt hat sich das Foto. Wir haben jetzt ein bisschen Unterstützung bekommen zum Fotografieren. Wir sind noch ein paar vorne dran. Wir sind alle Fahrräder noch, sonst wird es zu voll. So, Aufbruchsstimmung. Wir sind quasi durch. Thomas hat jetzt noch zwei, drei Aufnahmen. Zum Training. Hier wird ja auch Training angeboten. Für die Kids. Marvin unterstützt das mit uns und der Robin zusammen. Ciao. Tschüss. Hier haben wir mal generelle Aufbruchsstimmung. Aber es hat jedem gut gefallen. Alle sind zufrieden. Es hat richtig Spaß gemacht. Toller Tag. Gutes Wetter. Läuft echt super. Genau. Der Anfang war gut. Wir sind in der Position reingefahren. Hast du dann aber zurückgetreten. Robin, steh mal neben dran. Weißt, dass du oben bleibst. Du bleibst oben mit dem Pedal. Sie ist total fokussiert auf dem Oberkörper. Das ist, was der Marvin sagt. In der Kurve. Immer zum Kurveausgang. Da, wo du hinverhandelst. Das ist beim Kurvefahren ganz wichtig. Immer da hindrehen, wo du hin willst. Und dann zeig dein Fahrrad auch dahin. Dann fahrt er in die Richtung. Hallo. Tag. Sehr gut. Sehr gut. Eins, zwei, drei. Fahrrad-Undfahr. Fahrrad-Undfahr. schoolgirl quasi. com